13 Prozent nur noch. Laden! Eins. Irgendwie stehe ich ganz unschön. Egal, ich habe mich eingereilt. Was zum Teufel hat dieser Soldat gemacht? Ich weiß nicht. Sind die Punkte gestiegen? Das ist furchtbar. Bin ich gefeuert? Was? Du bist gefeuert! Schick diesem Soldat eine Bombe oder so! Kanate erhalten! Juhu! Rufus New Age presented of Shinra. Rufus New Age presented of Shinra. So, genau. Shinra, genau. Das war nur Husten, aber das kam so schnell. Ich konnte das Mikro gar nicht so schnell ausmachen. Ich habe es gerade noch gemacht, aber schade. Tut mir leid. Wir haben es geschafft. Oh, Präsident Rufus! Hey, antreten und Schnauze halten! Keine Bewegung! So, muss ich jetzt auch noch mit vorführen oder was? Hey! Ist doch scheißegal, ey! Wie ist der Job? Der hat so schnöselig gesprochen, glaube ich. Hm, du hast was mit dem Luftschiff passiert. Das Langstreckenluftschiff wird immer noch vorbereitet. Es sollte in etwa drei Tagen bereit sein. Ja, ha, 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 ha. Ja, bla, 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 bla. Selbst die Gainika der Luftwaffe? Ja, ha, 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 ha. Hör auf mit diesen idiotischen Pferdelachen. Als Vater die Verantwortung trug, waren die Dinge anders. Ja, und jetzt? Hey, ja, ha, ha, ha. Hey, Digga, ey, dieser Fettsack. Ist das Schiff bereit? Ja, das Schiff ist bereit. Ja, Sir, wir haben es demnächst bereit. Wie gesagt, drei Tage noch, ne? Langstrecken-Schiff, das dann wohl über den Ozean fliegen kann. Warum nimmt der Kollege nicht einfach ein Schiff? Ist ja auch egal. Aber die viel wichtige Frage ist, wo will der Kollege eigentlich hin? Oder interessiert euch das irgendwie so gar nicht? Ey. Jetzt krieg ich... Er hat mich geschlagen. Ey. Ey. Hey, leg mich weiter. Kann Ökoterrorist nicht mal terroristischen Anschlag machen? So, und er verzieht sich auch. Wo soll der Scheiß eigentlich? Wollen die mich verarschen, oder? Also, wo will Wolfers hin? Was für eine Katastrophe. Heidegger war wirklich gereizt. Der Mann im schwarzen Umgang streift durch die Stadt, aber wir können ihn nicht finden. Ah, schwarzer Umhang. Hm. Meinem schwarzen Umhang. Er ist vor zwei oder drei Tagen aufgetaucht und tötete einige unserer Soldaten. Einfach so, er kommt vorbei. Pieks, pieks, pieks! Danach ist er sofort verschwunden. Es geht ein Gerücht um, dass es Sefirot war. Achtung! Wegtreten! Oder weggetreten. Ist ja auch egal. Äh, ich möchte bitte auch Nachflug machen. Ich will keinen Anschluss kriegen. Äh, ich will weg! Hey, hey du! Legst du dich mit der Armee an? Wen stört sich? Oh, wen stört sich? Ah, 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 ah! Na! Du bist zu faul! Keine Pause für dich! Komm her! Naja. Nein, ich brauchte doch eine Pause zum Reden. Ah! Der, der alles tötet. Der, der denkt, er sei kein Mensch mehr. Der, der ausrastet und der, der komischerweise wieder lebt. Was irgendwie nicht passen kann. Naja. Eigentlich wäre er ja vor fünf Jahren gestorben. Hm. Wer weiß. Das ist das Militärsoldat. Der Tagesbefehl lautet Präsident Rufus am Flugplatz zu verabschieden. Ich werd euch, ich werd euch drillen, bis es soweit ist. Boah. Ich werd helfen, Sir. Ich auch, Sir. Also gut. Stellt euch einen Reihundglied auf und zeigt mir die Endstellung. Der Tagesbefehl ist die Formation. Merkt euch das. Fertig. Juno und Verabschiedungskommando Marsch. Oh Gott. Die ganze Scheiße drücken. Gott, oh Gott, oh Gott. In Ordnung. Oh, also nach Anweisungen immer drücken, was er will. Scheiße, aber das ist auch noch verdammt schnell. Ach. Schon wieder verkackt. In Ordnung, jetzt versuchst du. Kreis. Dreieck. Sehr schön. Das ging noch. Vier Eck. Ey, das ist auch noch fast synchron. X-Taste. Okay, okay. Ich schaff das. Oh. Nach rechts drehen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, hab's kapiert, hab's kapiert. Ist ja gut. Also gut, mach keinen Patzer, wenn's ernst wird. Ich hoffe, ich musste mir die Reihenfolge nicht merken, sondern krieg's gleich wieder so gesagt. Fehl's aber. Was ist die Spezialstellung für heute? Oh, und auch noch sowas. Hm, ich hab ihn noch nicht entschieden. In Ordnung, Herr Kurt. Ich lass dich entscheiden. Zeig mir deine beste Bewegung. Mal sehen, meine beste... Mal sehen, meine beste Bewegung ist... Okay. Wow, das ist fantastisch. Habt ihr die Musik gehört? Standard-End-Theme von einem Kamm. Victory-Theme. Funfar. In Ordnung, das ist unsere Spezialbewegung für heute. Übt sie. Ja, Sir. Also dann, treffen am Flughaf. Komm nicht zu spät. Achtung. Weggetreten. Reingehauen. Genau, sowas in der Art. So, und ich nehm jetzt schon wieder fast ne Stunde auf. Ja, das war übrigens eine tolle Spezialbewegung für heute. Sein Standard. Ich dachte, er holt jetzt sowas raus, wie... Als wir in Nibelheim waren, wo er gesagt hat zu dem Kollegen da... Hey! Show me your moves! Zeig mir deine Pose! Muss ich die anderen jetzt eigentlich nachholen? Ich weiß es nicht. Aber ich will mal speichern nach... Doch, fast ne ganzen Stunde ohne speichern. Ne, Quatsch. Wir haben ja vor Juno noch gespeichert, aber trotzdem. Speichern ist wichtig. Also, immer... Immer, immer speichern, wenn es geht. Wirklich speichern? Ja, bitte. Speichervorragung. Karte nicht entfernen. Haha, welche Karte. Egal. Stufe 20. Erstmal nicht volljährig. Das ist schade. Ich hätte ihn auch gerne auf Stufe 21 gehabt. So wie mein... Sidney Samson. Haha, tolle Musik. Okay, das ist der Flugplatz. Da ist... Mal gucken, was es hier noch so gibt. Und fahr ich jetzt einfach runter. Jo, und schon wieder so eine Sequence. Oh, ich find's ja so toll. Mh, Mh. Mh. Mh, Mh. Simon's Cat. Mh. Caution. Heißt so viel wie... Achtung! Aufgepasst! So. Und wir sind gelandet. Und, wow, das war geil mit Licht und alles und bla bla bla. So, ich hab jetzt... Ich seh jetzt schick aus. So, und wo sind Barrett und Rest? Komm ich hier jetzt überhaupt raus? Oder sagt der Kollege was dagegen? Was? Deine Schicht hat noch nicht angefangen. Immer mit der Ruhe. Gott, äh... Ja. Okay. Okay. Okay, mach Tür einfach wieder zu. Setz mich mal. Hey, ich wollte ein bisschen in der Unterstadt rumgammeln. Na gut, scheinbar nicht. Also, sehr linear gerade in diesem Moment. Bleibt nicht viel Freiheit. Weder zum Einkaufen, noch zum Gabbeln, noch zum Eierschaukeln. Ich kann mir nicht mal einen runterholen. Pah. Ich bin immer noch wenig müde. Ja. Was soll's. Wir machen weiter. Dann halt von mir aus auch linear. Mal schauen, was gibt es hier jetzt? Ich glaube... Ja, nichts... Uh, da ist Root. Und ein Kollege... Ich will Root hallo sagen. Root! Root, 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 Root. Oh, wie lange braucht Cloud denn? Lauf mal ein bisschen schneller bevor Root weg ist. Nein! Root geht in die Seitengasse! Root geht zu die Nutten! Geh doch nicht zu die Nutten! Du bist ein böser, Root! Wo bin ich denn hier gelandet? Hallo? Hey du, suchst du Waffen? Hey! Ich kann einkaufen! Einkaufen ist gut! Kaufen! Hartklinge! Haben! Will! Mega Handschuhe! Das ist eine Latte! Atomschere! Haben! Will! Diamantnadel! Haben! Will! Rest ist noch... Ja, Rest ist egal! Beziehungsweise ich könnte doch mit Sicherheit was verkaufen! Objekte! Okay, Meisterschert kann man nicht verkaufen! Das ist gut! Weil sonst würde ich weinen! Vier Schächte! Ja, weg damit! Nein! Tittenreif! Nein! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Egal! Das sollte doch schon gewesen sein! Erstmal! Ich habe die wichtigsten Waffen und Items habe ich noch alles genug! Hä, wo bin ich denn jetzt gelandet? Hallo, Root! Hm? Du auch? Dann nimm deine Maske ab und komm her! Das ist unsere Regel! Echte Männer, oder was? Es scheint da draußen passiert was! Aber wir sind zu fertig, um was zu unternehmen! Root in seiner Penna-Bar! Der eine mit dem Kopf auf dem Tisch! Es scheint, du bist ein bisschen zu jung, um hier drin zu sein! Also, laut Spielverfahren bin ich 21 gerade! Tut mir leid, heute haben wir nichts frei! Okay! Aber diese Musik, und was hat Root da verloren? Das interessiert mich! Nein! Das ist zwar scheiße! Hey! Kuschel-Kuppies-Aktion! Ich denke das Spiel, das wird einfach nochmal 100 extra Parts brauchen! Einfach weil ich so dösig bin! Naja! Habt ihr 100 Parts an Entertainment, wenn ihr es denn überhaupt wollt! Wenn ihr es denn... Wenn es euch gefällt! Im Moment, äh... Ich habe mal geguckt! Meine Videos stehen jetzt 2 Tage oben! Oder länger! Und haben... 3 Views! Wenn es hochkommt! Vor allem, was mich wundert ist, nicht mal alle haben diese Views! So... Teil 1 bis 5 haben alle so... Zwischen... 5 und 13 Views! Aber dann... Gibt's welche so... Äh... 15, 16, 17 haben ein paar Views! 18 hat dann keine mehr! 19 hat dann wieder eins! Hä? Wie bescheuert! Guckt man sich sowas nicht am Stück an? Oder so mit ein bisschen drumrum? Was ist denn das hier? Love Parade oder was? Ich dachte, ich soll jetzt hier marschieren! Es ist keiner da! Wie gesagt, das... Ich glaube, ich bin jetzt... Oder? Da hinten? Ich laufe jetzt hier bestimmt... Ne! Da hinten ist auch nichts! Ich laufe hier wieder so homomäßig 10 Minuten lang! Und... Es passiert nichts! Ich unterhalte euch! Mit gewissen Schwachsinn! Was kann ich euch erzählen? Ich kann euch erzählen, dass ich eben ein tolles Frühstück hatte! Mit Familie! Mit... Ja, meine Oma war sogar da zum Frühstücken! Haha! Das war toll! Also... Ja, das war toll! Das war toll! Und... Boah! Ich habe durchgemacht! Ich hing ein bisschen in der Krone! Ich war eben schön einkaufen! Ich habe mir mein Lieblingszeug gekauft! Ratet mal, was das ist! A. Tabak! B. Tabak! C. Tabak! D. Gras! Nein, natürlich kein Gras! Das ist Tabak! Und... Boah! Ist mir nämlich gestern Abend ausgegangen! Das war echt... Behindert! Das war echt richtig behindert! Und... Ich habe mir eben neuen gekauft! Und bin erstmal nach Rauchen gegangen! Und war total glücklich! Und jetzt... habe ich mir gedacht! Ah! Nimmst du mal wieder ein, zwei Stunden Final Fantasy auf! Render ist das schön! Hast ein bisschen noch was zu tun! Und ich werde mein anderes Projekt, was ich immer noch nicht bekannt geben werde! Gleich ein wenig aufnehmen! Und... Ja! Mit einer Freundin zusammen und dann... Hm! Präsident Rufus wird am Flughafen verabschiedet! Ja! Okay! 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 Übrigens... Hier Yunon ist auch relativ bekannt aus Final Fantasy 7 Crisis Core! Ist da auch ein... Ein mittelgroßer Bestandteil der Storyline! So geht's da rein! Ja! Da geht's rein! Wuhu! Okay! Du lässt mich vermutlich auch nicht hoch! Aber du hast einen Hund! Ich hasse Hunde! Und ich hasse Affen! Guckt euch meinen Let's Play Megaman an, dann wisst ihr was ich meine! Ich hasse Hunde und Affen und Vögel sind auch schon... Die nächsten Turks! Hey kleiner Soldat! Bist du nicht noch im Dienst? Sobald ihr meint, ein Job sei langweilig, fangt ihr an herumzualbern! Nur weil du ein Turk bist und machen kannst, was du willst? Schlampe! Wuff! 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 59! Sowas gammelt hier so rum! Bist du sicher, dass das in Ordnung ist? Ne, kann ich denn im Dienst! 30 GB! Vergiss es! So! Da kann man speichern! Hier kann man nichts machen! Ach Gott! Oh Gott! Ach! Speichern brauche ich doch gar nicht! Ich geh erstmal die Etage hoch! Ich nehm mir die Zeit und erkunde Yunon mal wirklich gut! Bitte komm herein! Willkommen! Es gibt viele Läden in Yunon! Wenn wir es nicht tun, können wir nicht konkurrieren! War so! Aber mich wohnt, dass die Mädchen mehr verdienen als ich! Das ist nicht! Vielen Dank.